Hallo zusammen und willkommen zurück zum zweiten Video aus der Reihe Luminar 3. Im letzten Video haben wir uns die Bibliothek angeschaut und heute werden wir uns mal den Arbeitsbereich anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Um nun aus der Bibliothek in den Bearbeitungsbereich zu wechseln, müsst ihr einfach nur hier oben den Button neben der Bibliothek anklicken. Hier steht auch schon Bearbeiten. Da klickt ihr einmal drauf und dann seid ihr in dem Fenster, in dem ihr eure Bilder bearbeiten könnt. Und gleich als erstes fällt natürlich auf, hier auf der linken Seite werden unsere ganzen Bilder, die wir eben in der Bibliothek noch hatten, hier in einem Filmstreifen angezeigt. Das Bild, was wir geöffnet haben, hat hier auch nochmal eine gelbe Umrandung, damit wir immer genau wissen, welches Bild wir denn jetzt gerade bearbeiten. Ihr könnt hier durchklicken, dann seht ihr, dann wechselt der auch rechtzügig durch die Bilder durch. Oder aber ihr könnt dann wieder zurückgehen und seid dann bei dem Bild, was wir jetzt hier als erstes einfach mal aufrufen werden. Ja, ansonsten haben wir hier unten noch, ihr seht, das hatten wir auch schon in der Bibliothek, da war es etwas anders aufgebaut. Hier haben wir unsere Markierungen, also hier können wir unsere Bilder mit Sternen versehen, auch wieder 1 bis 5, ist klar. Wenn ich jetzt hier draufgehe, seht ihr, werden mir alle 5 Sterne weiß angezeigt. Das gleiche habe ich dann nochmal hier oben. Hier sieht man es nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, kann man das größer machen? Nein, das kann man nicht größer machen. Hier ist jetzt ein heller Fleck, deshalb seht ihr den 5. Stern nicht. So, das gleiche könnt ihr machen, wenn ihr die Markierung oder die Bewertung wegmachen wollt, klickt ihr einfach wieder auf den Stern drauf und die gesamte Bewertung ist raus. Ja, neben den 5 Sternen ist hier die Markierung X. Damit könnt ihr eure Bilder wieder ablehnen, genauso wie das aus der Bibliothek bekannt ist. Neben dem X haben wir dann unser Herz. Das ist unser, ja, wenn wir ein Bild favorisieren oder bestätigen wollen, dann klicken wir hier drauf und dann haben wir das auch wieder hier rechts unten, dass wir dann sehen, da ist unser Herz. Und hier neben, das ist unsere Farbmarkierung. Ihr seht, lila, blau, grün, gelb, rot oder keine. Das ist die aktuelle Auswahl. Und dann hier auf der rechten Seite im Bild haben wir noch den Mülleimer. Wenn wir hier draufklicken, verschwindet das Bild im Mülleimer. Ich werde das jetzt nicht tun, weil ich dieses Bild ja noch behalten möchte. Aber ihr seht auch, das Bild in den Mülleimer verschieben könnt ihr hier rüber machen. Ja, was gibt es dann noch Neues? Hier oben, da haben wir einen Button mit einem Pfeil, der so nach oben zeigt. Wenn ich da draufklicke, seht ihr, kommen wir in die Bibliothek. Dann könnt ihr wieder zurückklicken und seid wieder in eurem Bild. Also, das hier ist die Möglichkeit, ganz schnell in euren Bibliotheksbereich zurückzuwechseln. Hier drüben seht ihr, in welchem Bereich euer Bild ist. Das ist der Name eures Bildes. Das ist der Ordner, wo es drin ist. Und hier könnt ihr dann auch noch wechseln auf alle Fotos. Auch wenn ich hier draufklicke, springt er wieder zurück in die Bibliothek und zeigt uns alle Fotos an. Ja, dann haben wir hier drüben den nächsten Button. Wenn ich hier draufklicke, seht ihr Filmstreifen, Seitenleiste, aktuelle Fotoaktionen. Das heißt nichts anderes, ich kann hier den Haken setzen. Wenn ich diesen Filmstreifen auf der linken Seite nicht haben möchte, kann ich ihn hier rüber ausblenden. Dann klicke ich hier wieder drauf und habe auch die Möglichkeit, noch die Seitenleiste rauszunehmen. Das ist hier drüben mein Arbeitsbereich, also da, wo ich meine Einstellungen mache. Und ich kann auch die aktuelle Fotoaktion rausnehmen. Dann seht ihr, wird das Bild nochmal einen ganz kleinen Ticken größer. Dann sind nämlich hier unten auch alle Symbole verschwunden. Wenn ich das jetzt alles wieder reinmachen will, klicke ich da einfach wieder hier drauf. Und ihr seht, es ist alles wieder da. Jetzt haben wir hier noch den Strich mit diesen drei Vierecken unten drunter. Das ist uns aus Lumina 2018 noch bekannt. Damit können wir die Filter einblenden. Und die Filter sind auch wieder mit an Bord. Und ich weiß nicht, ob es neue Filter gibt, ob sich Skylum da jetzt schon was Neues hat einfallen lassen. Wir gucken mal drüber. Ich habe nämlich hier ganz ehrlich noch nicht reingeguckt, was es an neuen Sachen oder ob es überhaupt was Neues gibt. Und ich würde sagen, nein. Das sind nämlich noch all dieselben Sets, beziehungsweise Presets, die ich mir auch mal irgendwo zusätzlich hier reingeladen habe. Beziehungsweise die von Lumina selber schon vorgegeben waren und im Programm enthalten waren. Ja, ihr seht, hier könnt ihr wieder auf die Website kommen, wenn ihr mehr Looks haben wollt. Hier gibt es User Lumina Looks. Da klicken wir jetzt mal drauf. Das sind meine eigenen, die ich mal irgendwann erstellt habe. Ihr seht, Farbe Orange Lila, Test Preset. Wenn ich da drauf klicke, seht ihr, dann hat er hier drüben Einstellungen vorgenommen. Ja, um jetzt diesen Look wieder wegzunehmen, können wir hier ganz einfach einmal draufklicken. Arbeitsbereich, klicken hier auf mein Arbeitsbereich. Und dann sind wir wieder im Originalfoto, denn das haben wir ja jetzt so noch nicht abgespeichert gehabt. Ja, dann, was haben wir noch? Hier gibt es noch Favoriten, also ihr könnt auch einzelne Looks zu euren Favoriten hinzufügen. Die findet ihr dann hier. Ich habe hier jetzt nichts drin. Oder du kannst dir auch alle Looks, die du in deinem Ordner hier drin hast, anzeigen lassen. Aber ihr seht, da ist eine ganze Menge drin und da ist er auch ein bisschen am Arbeiten. Ja, Get More Looks wird auf eine Internetseite gehen. Da wollen wir jetzt nicht hin. Aber ihr habt gesehen, er öffnet dann die Skylimm-Seite wahrscheinlich und dort wird es dann irgendwelche Looks zur Verfügung gestellt geben. Ja, das können wir wieder zumachen. Jetzt hat er alle Looks hier unten offen. Genau, ihr könnt jetzt hier rüber scrollen und dann seht ihr, dass er die ganzen Looks euch anzeigt. Ja, das ist der Bereich. Den können wir wieder wegmachen. Dann haben wir wieder unser normales Bild. Ja, hier habt ihr die Prozentanzeige, wie groß euer Bild derzeit dargestellt wird. Das sind hier 21%. Ihr könnt dann auf 25 hochspringen. Ihr könnt auf 50. Ihr könnt auch 100% anzeigen lassen. Und wenn ihr dann hier euch euer Bild angeguckt habt, ob es denn auch wirklich scharf ist oder ihr wollt irgendwas nochmal wegstempeln und wollt dann wieder in die normale Ansicht zurück, dann geht ihr einfach hier oben auf an Bildschirm anpassen und seid wieder in dem gewöhnten Bereich. Ja, dasselbe könnt ihr nochmal hier machen. Auch hier könnt ihr mit Plus und Minus größer und kleiner werden. Hier könnt ihr euch anzeigen lassen, wie das Bild ausgesehen hat in seinem Urzustand und was ihr daraus gemacht habt. Also wenn ich die Belichtung jetzt einfach mal ganz runter setze und klicke hier drauf, dann zeigt er mir an, wie das Bild im Original ausgesehen hat. Ja, dann haben wir hier noch Vorher-Nachher bzw. Halb-Nachher. Da könnt ihr sehen, auf der Seite wird euch angezeigt, wie das Bild vorher ausgesehen hat. Ich sage jetzt mal in dem Fall im Originalzustand. Und hier drüben könnt ihr sehen, wie die Anpassungen aussehen, die ihr gemacht habt. Also quasi ein Vorher-Nachher im Halbscreen. Das könnt ihr dann auch wieder wegklicken. Ihr seht jedes Mal, wenn ihr hier irgendwas anklickt, wird das dann auch gelb hinterlegt. Das heißt, ihr seht, dieser Bereich ist aktiv. Ja, in den Werkzeugen haben wir das gewohnte Zuschneiden, Freitransformieren, Klonen und Stempeln und Radieren. Da hat sich nichts getan. Hier drüben auf der Seite seht ihr, ich habe meinen Arbeitsbereich hier reingeladen. Ich habe auch gesagt, dass er das standardmäßig immer öffnen soll, wenn ich in dem Bearbeiten-Bereich bin. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier, wenn ihr halt so einen Arbeitsbereich euch erstellt habt. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, was aus Lumina 2018 ist. Dazu muss ich sagen, er hat diesen Arbeitsbereich 1 zu 1 aus 2018 rüber nach Lumina 3 genommen. Muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr gut, dass er die ganzen Einstellungen mitgenommen hat. Und dann könnt ihr hier unten als Standard festlegen anklicken. Das heißt, immer dann, wenn ihr in diesen Bearbeiten-Bereich reingeht, öffnet er euren Arbeitsbereich hier auf der rechten Seite schon standardmäßig vor. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht lange suchen. Das war etwas, glaube ich, was in 2018 nicht der Fall war. Aber da musstest du hier dann immer draufklicken und musstest dann hier meinen Arbeitsbereich reinladen. Das funktioniert jetzt besser. Finde ich sehr gut. Als nächstes haben wir dann hier unsere Filter. Die machen wir einmal auf. Und dann öffnet sich hier ein weiteres Fenster, wo unsere ganzen Filter, die wir zur Verfügung haben, aufgelistet sind. Sie sind auch unterteilt. Auch das ist aus Lumina 2018 schon bekannt. Ihr könnt euch hier wesentliche Filter anzeigen, Problemlöser, kreative Filter. Habt ihr noch die Profi-Filter und Werkzeuge. Gut, das ganze Kind muss einen Namen haben, damit man dann hier auch sagen kann, okay, ich hätte jetzt gerne nur die Kreativen angezeigt oder nur meine Favoriten. Also ihr seht, auch das könnt ihr jetzt machen. Hier könnt ihr das Ganze mit einem Sternchen versehen. Denn das, glaube ich, war zuletzt in Lumina 2018 auch noch nicht möglich. Ja, hier habt ihr dann noch die Info. Da werden euch dann links, ja, kleine Infotexte dazu angezeigt. Aber auch das kennen wir aus Lumina 2018. Und ich sehe, ich glaube, das war bei Lumina 2018 am Ende auch so, dass da nichts mehr in irgendeiner Art und Weise auf Englisch war, dass das alles übersetzt war. Nein, hier haben wir noch, ja, den einen oder anderen Filter, der halt auch noch eine englische Beschreibung hat. Ja, hier könnt ihr auch noch nach einem bestimmten Filter suchen, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ihr sucht nach Nebel. Ich sage jetzt mal, äh, nicht Nebar, sondern Nebel. Nebel, mein Gott, was habe ich denn heute mit der Schreiberei? Und dann seht ihr, macht ihr uns einmal den kreativen Filter auf. Aber er ist auch so clever und zeigt uns Dunstentfernen an. Denn auch mit Dunstentfernen kann man ja so eine leichte, neblige Stimmung erzeugen. Ja, auch das könnt ihr hier wieder wegxen. Dann habt ihr wieder alle Filter. Hier oben könnt ihr diese Filterliste dann wieder zumachen. Und wir können uns mal angucken, was wir hier noch gelb hinterlegt haben. Denn gelb hinterlegt heißt ja auch, dass uns da was angezeigt wird. Wenn ich das wegmache, dann blendet er mir die Ebenen aus. Die Ebenen habe ich hier und aktuell haben wir nur diese eine Ebene, mit der wir hier am Arbeiten sind. Ihr könnt dann hier über Plus eine weitere Ebene hinzufügen und da habt ihr die Möglichkeit, eine neue Nachbarbildungsebene einfügen oder eine neue Bildebene einfügen und zusammengeführte Ebenen erstellen. Das heißt, wenn ihr mehrere Ebenen erzeugt habt und habt da die verschiedenen Sachen draufliegen, dann könnt ihr die hier mit einem Klick wieder bzw. könnt ihr sie zusammenfügen. Neben den Ebenen haben wir dann hier noch ein weiteres Feld. Und zwar, das sieht aus, als ob da wie so ein Herzrhythmuszähler drin wäre. Aber nein, es ist nicht ganz so. Es ist einfach nur die Anzeige für unser Histogramm und das Histogramm haben wir hier. Wenn ich da draufklicke, ist das Histogramm weg. Will ich es wieder haben, klicke ich nochmal drauf und es wird gelb hinterlegt und es ist da. Ja, rechts neben den Ebenen haben wir dann hier noch so eine Uhr. Das ist nichts anderes als der Verlauf. Hier könnt ihr sehen, was habe ich denn mit diesem Bild bis jetzt schon alles gemacht. Das brauchen wir uns jetzt nicht genauer anzugucken, weil das ist jetzt nicht wirklich viel. Das sind so ein paar Sachen, die ich euch gezeigt habe. Und ja, da könnt ihr dann auch immer hin und her springen. Also ihr seht, das war das, wo wir den Look erstellt haben. Und jetzt sind wir wieder bei dem Originalbild. Also das Ganze läuft immer von unten nach oben und oben ist das Aktuellste. Ja, also ihr könnt auch, wenn ihr irgendeine Bearbeitung gemacht habt und sagt, boah, das war jetzt überhaupt nicht das, was ich haben wollte, kannst du auch einfach sagen, okay, ich gehe jetzt hier hin und habe meinen Arbeitsbereich wieder auf Null gesetzt. Das heißt, alles, was jetzt hier oben eingegraut ist, wird euch auch nicht angezeigt. Ist eigentlich ein ganz cooles Feature und auf die Art und Weise kann man sagen, okay, ich habe jetzt in die falsche Richtung gearbeitet und möchte an Punkt X weitermachen, um Punkt Y auszuschließen. Das ist die Möglichkeit, halt dann auch über diesen Verlauf nochmal zu arbeiten. Ja, muss man sehen, ob man den dann halt wirklich braucht. Ja, das Ganze können wir uns auch hier wieder zumachen und können dann hier oben zu dem dritten Reiter gehen, und zwar Info. Wenn wir da draufklicken, öffnet sich einfach nur ein Feld, in dem ihr ja auch wieder das Histogramm angezeigt bekommt. Das könnt ihr auch zumachen, das braucht ihr nicht unbedingt. Und dann seht ihr halt auch nochmal Informationen über das Bild. Also euch wird angezeigt, wie das Bild heißt, was es für eine Typenbezeichnung ist, wann es aufgenommen worden ist und wie viel Uhr es aufgenommen worden ist, wie groß es ist und wie viel MB dieses Bild groß ist. Dann seht ihr auch hier, mit welcher Kamera es aufgenommen worden ist und welches Objektiv dran war. und die ISO, Blende und auch die Belichtungszeit wird angezeigt. Und ganz rechts wird dir dann auch die Brennweite angezeigt. Ja, und zu guter Letzt haben wir oben in der Reihe dann noch den Exportieren-Bereich. Da können wir das Bild dann raus exportieren oder können es auch als Mail versenden. Ich glaube, in Lumina 2018 gab es auch noch die Möglichkeit, die Bilder direkt auf eure Social-Media-Seiten zu posten. Wenn wir dann jetzt hier einfach mal auf Bild exportieren klicken, kommt eine weitere Maske bzw. ein weiteres Fenster, auf dem ihr dann eure Bilder bzw. euer Bild speichern könnt. Da habt ihr hier den Speicherort. Das ist auch alles aus Lumina 2018 eigentlich übernommen. Da ist nichts Neues dabei. Da könnt ihr dann hier auswählen, wo ihr es hinspeichern wollt. Hier könnt ihr dem Bild auch noch einen separaten Namen geben. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Format auszuwählen. Da hat sich auch nichts getan als PDF, Photoshop, JPEG 2000, TIFF, PNG oder JPEG. Ich gehe stark davon aus, dass zu 99% ein JPEG erstellt wird. Und ja, vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht eine Photoshop-Datei. Aber ich denke, die meisten werden hier einfach JPEG drinstehen lassen. Dann könnt ihr hier in dem Bereich auch nochmal nachschärfen. Da habt ihr die drei Möglichkeiten, Niedrig, Mittel und Hoch. Auch das ist bekannt. Hier könnt ihr die Originalgröße auswählen, ob die lange Kante angegeben werden soll, die kurze Seite. Oder ihr könnt hier die Abmessungen auch selbst auswählen, wie groß das Bild sein soll. Dann habt ihr hier nochmal die Größenangabe selber. Wenn ihr jetzt hier, glaube ich, auf Abmessungen geht, dann kannst du hier sagen, dann passt der das, sage ich jetzt mal an. Wir lassen hier die Originalgröße. Dann haben wir hier den Farbraum. Wir haben sRGB, Adobe RGB und Profoto RGB. Ich würde sagen, als Otto Normalverbraucher, lasst sRGB eingestellt. Dann haben wir hier noch die Auflösung Pixel pro Inch. Das könnt ihr auch umstellen. Pixel pro Zentimeter. Das ist nichts anderes. Die deutsche Bezeichnung ist Pixel pro Zentimeter. Die amerikanische, englische ist Pixel pro Inch. Und ja, hier könnt ihr dann nochmal sagen, wie viel Pixel pro Zentimeter denn zu sehen sein sollen. Da könnt ihr jetzt 240 stehen lassen. Ihr könnt aber auch auf 300 hochgehen. Ja, unter der Auflösung haben wir dann noch hier die Qualität. Die können wir hier herabsetzen oder auf ein Maximum von 100 hochsetzen. Ich exportiere grundsätzlich mit 100% Qualität, weil warum soll ich ein Bild mit schwacher Qualität irgendwo hin exportieren? Ist für mich irgendwie irrelevant. Und hier unten können wir dann das Ganze exportieren oder das, was wir jetzt hier klicken oder ich jetzt hier klicken werde, abbrechen. Ja, das sind die Bereiche hier. Wir werden jetzt hier wieder zurück in den Bearbeiten Bereich gehen und schauen dann mal hier oben in der Reihe, was wir da noch haben. Ja, da haben wir hier als erstes den Reiter Datei. Wenn ich da draufklicke, haben wir hier die erste Ebene. Da steht Katalog. Man macht sich ein zweites Fenster auf und da haben wir die Möglichkeit, einen neuen Katalog zu erstellen oder einen neuen Katalog zu öffnen. Oder wir können uns anzeigen lassen auf dem Rechner, wo die Bilder denn liegen. Und hier hast du die Möglichkeit, die benutzten Kataloge, hier steht noch Dokumente, aber das bezieht sich natürlich auf die Kataloge, die du zuletzt benutzt hast, anzeigen zu lassen. Da haben wir hier, ich habe jetzt hier einmal Test-Luminar und Luminar 3-Luminar oder aber ich kann dieses Menü auch löschen, was ich natürlich nicht möchte. Hier kannst du im zweiten Reiter Bilder zur schnellen Bearbeitung öffnen. Das heißt, hier klickst du einfach drauf und lädst ein Bild, was du irgendwo auf dem Rechner gespeichert hast, nach Luminar rein. Also das ist quasi der alte Weg, Bild öffnen, Bild bearbeiten. Hier kannst du dir den Ordner anzeigen lassen, wo du deine Looks gespeichert hast, beziehungsweise wenn du Looks aus dem Internet gekauft hast und sie dann hier via Luminar-Lux-Kollektion hinzufügen, schon nach Luminar geladen hast, kannst du dir hier anzeigen lassen, wo der Ordner denn ist. Also er zeigt dir diesen Ordner an. Ja, das hatte ich gerade schon mal ein wenig erklärt. Über diesen Luminar-Lux-Kollektion hinzufügen, kannst du schnell und einfach Looks nach Luminar laden. Das heißt, du klickst hier drauf, gehst dann in den Ordner, wo du deine Looks gespeichert hast, die du dir im Internet gerade besorgt hast, gekauft hast oder irgendwo frei bekommen hast und sagst dann, ja, diesen Look möchte ich gerne nach Luminar laden. Das machst du hierüber. Ja, im Arbeitsbereich-Ordner zeigt er dir an, wo du deine Arbeitsbereiche, wie das jetzt hier zum Beispiel, diese selbst erstellten, ja, Filter, die du hier zusammen zu einer Kollektion zusammengefasst hast und betitelt hast, die zeigt er dir in diesem Ordner hier an. Wenn du da drauf klickst, siehst du, er macht mir auf, er macht mir den Ordner auf und zeigt mir an hier, ich habe einmal Iris-Optimierung, einmal meinen Arbeitsbereich und einmal Zähnebleichen, irgendwann mal erstellt. Ja, als nächstes haben wir hier wieder das Feld Exportieren oder nochmal Exportieren. Ja, da kommst du auch wieder in den Bereich, wo du dann hier dein Bild, deine Dateien dann das einstellen kannst. Das Format, etc. Auch nicht von Bedeutung. Jetzt nochmal, hier haben wir Teilen. Teilen gibt es immer noch nur E-Mail, okay, auch hier nur. Ja, das hat Luminar rausgenommen oder Skylum rausgenommen, dass man da auf die Social-Media-Plattformen kommt. Wahrscheinlich wird sich eine beschwert haben, die nicht hier drauf zu finden gewesen ist. Ja, Plugins installieren, was ist damit gemeint? Auch das gibt es schon oder gab es schon in 2018. Da haben wir einmal das Plugin für Photoshop und einmal das Plugin für Lightroom Classic CC. Denn du kannst das Programm ja hier auch als Plugin nutzen. Wenn du jetzt sagst, ich arbeite überwiegend mit Lightroom und will hier einfach nur nochmal ein kleines i-Tüpfelchen mit einem Filter draufsetzen, dann kannst du das hier rüber machen. Ja, nach den Plugins haben wir hier dann noch die Sprachen zur Auswahl. Da haben wir Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und ich vermute, dass das letzte da unten Japanisch sein wird. Ich weiß es aber nicht genau. Und Stapelverarbeitung können wir hier noch klicken. Drucken haben wir noch zur Auswahl. Das heißt, wir können von hier raus ein Bild direkt drucken oder wir können das Programm hier rüber schließen. Im Bearbeiten-Bereich haben wir hier nur einmal Wiederrufen und Wiederholen. Ich denke, Widerrufen heißt einfach nur, dass wir einen Schritt zurückgehen und mit Wiederholen ist mit Sicherheit gemeint, dass du irgendwas duplizieren kannst. Dann haben wir hier Bibliothek. Da können wir ein neues Album erstellen oder auch wieder einen Ordner hinzufügen. Oder wenn wir hier unten ein Bild in den Papierkorb gelegt haben, können wir hier rüber das Bild dann komplett löschen. Ja, in dem Bereich Bild haben wir die Möglichkeit, die Bewertungen festzulegen, die Farbetiketten zu setzen, Markierungen zu setzen, das Bild zu drehen, eine Spiegelung vorzunehmen, eine horizontale oder eine vertikale. Ich mache jetzt einfach mal eine horizontale, dann sieht das Bild so aus, hat auch was. Gehen wir wieder zurück und spiegeln es wieder zurück auf Normal. Dann können wir hier noch Anpassungen kopieren, Anpassungen einfügen oder synchronisieren. Also wenn du jetzt mehrere Bilder markiert hast und möchtest eine bestimmte Bearbeitung auf mehrere Bilder anpassen, dann kannst du das hier rüber machen. Dann sagst du hier einmal Anpassungen kopieren, gehst auf das nächste Bild, gehst wieder hier drauf und sagst Anpassungen einfügen und dann macht er genau dieselben Einstellungen ins nächste Bild. Das ist auch eine Neuerung, soweit ich das weiß. Bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, finde ich aber, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Feature. Ja, beschleunigt gewisse Arbeitsprozesse. Ja, dann haben wir hier noch die Möglichkeit ein Album zu erstellen oder können dann hierüber auch nochmal das Bild in den Papierkorb legen oder uns dann im Explorer anzeigen lassen. Ja, hier haben wir dann nochmal die Darstellung. Da ist die Möglichkeit, dass wir uns die Bibliothek anzeigen lassen oder das Bearbeiten ausblenden oder die Info anzeigen. Wenn ich da drauf klicke, seht ihr, springt er hier drüben rüber. Also im Endeffekt, alles was wir hier auch schon mal irgendwo im Fenster haben, wird hier nochmal angezeigt. Hier können wir uns den Filmstreifen ausblenden lassen, aktuelle Fotoaktionen ausblenden. Also alles, was wir schon mal irgendwo hatten. Hier in diesem Bereich können wir uns dann hierüber nochmal anzeigen lassen. Luxe Panel anzeigen. Das sind hier unten dann die verschiedenen Farblooks oder Bildlooks. Dann können wir das vergrößern, verkleinern, auf 100% zoomen, an den Bildschirm anpassen. Hier haben wir auch die zusätzlichen Shortcuts dafür. Dann können wir den Hintergrund verändern. Also ihr könnt von weiß bis dunkel alles mitnehmen. Ich habe es gerne eigentlich immer mit einem dunklen Hintergrund, aber das könnt ihr euch anpassen, wie ihr das möchtet. Hier könnt ihr Bilder vergleichen. Hier könnt ihr das Histogramm verbergen, Ebenen verbergen und Clipping ausblenden. Also alles Dinge, die wir hier drüben schon mal hatten. Das Fenster können wir hier minimieren oder wir können ranzoomen. Wenn ich ranzoome, geht er auf Plus, Minus. Also auch das hier haben wir hier schon drin. Und über die Hilfe-Seite können wir dann hier über Lumina was erfahren. Hier können wir nach Updates suchen, das Benutzerhandbuch aufmachen, Videoanleitungen öffnen oder auch zum Skylim-Blog wechseln oder halt hier auf euer Skylim-Konto zugreifen, registrieren, Schnellzugriff, meine Software, an Fotowettbewerben teilnehmen oder exklusive Videos euch anschauen. Das ist hier oben möglich. Ja, ich bin jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch die Oberfläche erklärt. Vieles ist gleich geblieben zu Lumina 2018. Neuerungen hat es gegeben. Einige Dinge sind komplett weggefallen. Im Großen und Ganzen finde ich die Oberfläche ja recht angenehm gestaltet. Es ist nicht zu überpackt. Und sollte man doch mal der Meinung sein, ganz schön vollgepackt die Oberfläche, dann kann man sich das ein oder andere ja auch einfach ausblenden. Denn ich sage mal zum Beispiel, man braucht ja hier auf der linken Seite nicht unbedingt diese Leiste mit den Vorschaubildern von den anderen Fotos. Ja, mein Fazit. Schauen wir mal, was Skylim da in Zukunft noch bringt. Jetzt würde ich erst mal sagen, sollten sie Backbeseitigung betreiben. Und wenn das soweit ist, ja, denke ich, ist das Programm eine gute Alternative zu Lightroom. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest einige nützliche Tipps oder neue Informationen für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das Video mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Vielleicht fotografieren die auch, betreiben Bildbearbeitung und würden halt gerne ein Programm kennenlernen, welches nicht Abo-basiert ist. Wenn das das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Dann bekommst du immer eine Mitteilung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich sage ebenfalls Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!